Hallo liebe Leute und es geht endlich weiter mit BeatBodyTaleOfTheGuardians, meinem langsamen hier Jahresprojekt, da ich das immer nur ab und zu aufnehme, mein Part. Und ich hoffe, dass wir auch langsam uns unserem Ziel leveln nähen. Ne nähen. Nähen. Ne nähen. Diese Parasiten brauchen nur ein bisschen Liebe, ja ja, das habe ich jetzt erkannt. Achso. Warum sollten wir sie erschießen, wenn wir sie umarmen können? Wir sollten uns alle in die Arme fallen und unter den schönen Regenbogen tanzen. Rapü. Wenn er denn meint. Also ich schwimme hier jetzt einfach gerade so weiter, wo ich hier... Weiß ich nicht, wo er hier startet. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt irgendwie tausend Sachen nochmal machen muss. Das hoffe ich. Wow. Nein, da kommt ja wieder so ein Ding. Ich bin gleich schon wieder tot, am Anfang des Spiels. letzter Dreck hier. Danke, dass es hier nochmal so ein Ding gibt. Damit mir nichts passiert und ich, ja, möchte gerne die Musik eigentlich wieder haben. Oh, wenn das jetzt kommt, dann bin ich gleich tot. Schaffe ich doch nie. Jetzt bin ich wieder zu weit nach unten geschwommen. Ja, komm her. Hilfe. Hilfe. Ja, komm. Komm her, du Vieh. Na, komm. Wieso kommen die nicht? Tun die mir gar nichts, oder? Wie tun die mir gar nichts? Anscheinend, wenn ich denen nichts tue, tun die mir auch nichts. Das mich ein bisschen irritiert hier gerade, dass ich hier so an denen vorbeischwimmen kann. Aber irgendwas stimmt nicht. Moment, ich kann doch da vorne das freischießen, glaube ich. Wenn ich hier so gegen Dongle, genau. Und hier oben lang. Ich muss erst mal das Dreiecksding wieder finden. Wo ist denn das überhaupt? Da ist es. Geh auf. Schwupps. Oh, 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 oh. Hat mich einer doch erwischt. Selbst wenn ich einen schaffe, den anderen schaffe ich nicht. Ich hasse es. Ich schwimme schon immer ganz schnell weg, aber es reicht nicht. Menno. Und da will ich durch. Okay, ich muss das hier drehen. Ich schwimme schon dahin. Geht doch. Yippie. Mehr Punkte für mich. Achso, auf den kann ich ja auch. Aber nur, wenn ich das Ding hier drehe. So. Wahrscheinlich kann ich doch da unten die auch kaputt machen, oder? Dann komme ich an die Punkte ran, glaube ich. Aber ich glaube, ich muss den hier auch drehen. Mal gucken, wer auf den anderen. Ich will nicht beschossen werden. Nein. Oh, das war doof. Aber wenigstens kommt die Musik dafür dann gleich ordentlich wieder. So. Oh, ich hasse diese Schnecken. Schnell weg. Das ist voll gemein hier. Ich glaube, die muss eher mal da hin zielen. Wie soll das denn gehen? So, jetzt. Jetzt zeigt er da drauf. Juhu. Ich werde beschossen. Ich werde beschossen. Ganz viel beschossen. Ich möchte hier unten hin. Ich weiß gar nicht, was es hier noch gab. Steine auf jeden Fall. Ganz viele Steine. Die man so gar nicht sieht. Aber die jetzt alle freizuschießen, habe ich auch keinen Bock. Ja, gut. Wo gehe ich dann lang? Oh. Dann eben so. Hilfe. Ich brauche das Dreieck wieder, ne? Merke ich gerade. Jetzt komme ich hier nicht weit. Wo war das denn jetzt? Da war wieder noch ein Stein. Dreieckchen. Das war doch... Oh Mann, das ist wieder völlig an einer anderen Stelle, oder? Warum nur? Wo kriege ich das denn jetzt her? Ist das denn jetzt immer noch hier? Oh nein, jetzt kommen die auch noch wieder. Nein. Ich glaube, ich muss mich hier wieder langschlängeln. War es das dann hier? Kriege ich mein Dreieck hier wieder, oder? Hier ist doch gar nichts mehr zu holen. Es war vorher hier, aber jetzt ist es nicht mehr da. Ich mache hier gerade ganz dollen Umweg, glaube ich. Obwohl ich, glaube ich, schon weiter gekommen bin. Weil das Tor ist ja hier offen. Das heißt, ich muss ein neues Dreieck finden. Das ist bestimmt jetzt irgendwo da oben. Oder auch nicht. Wo ist es denn? Und wenn ich das andere einfach von da hinten hole, geht das? Hier, das hier? Nimm schon. Nein, ich kann es nicht wieder nehmen. Oder was? Nee, ich kann das gar nicht wiederholen. Hä? Was soll ich denn da machen? Oder ist das schon? Da ist doch keins drinne. Da soll eins rein. Oh, ich schwimme immer wieder rein in diese blöde Stelle. Echt. Lern nicht dazu. Schön rein in die Feuerdinger. Schön, dass du mich zurückwirfst. Wenn ich trotzdem sterbe. Ich bin irgendwie zu doof. Wo ist es denn? Ach da, da blinkt es. Deswegen, ne? Ja, ihr verarscht mich hier alle. Das blinkt da unten, ich schwör. Es ist da unten drinne. Ja, ja. Voll die Geheimnistuerei hier. Und nochmal. Ist es nicht hier? Warte, da hat doch was geblinkt. Hm. Hm. Ich werde die jetzt eigentlich einfach alle kaputt hauen. Und dann wird es ja wohl irgendwo sein. Toll, ein Diamant. Da. Ich hab's doch gewusst. Ich habe es doch gewusst. Ihr Schweinehunde. Und ich bin hier nur am Hin- und Herschwimmen. Ich will mich nicht treffen lassen. So. Rein mit dir. Ha. Geh auf. Ich hab's mir verdient. Jetzt kann ich nämlich auf diesen Weg gehen. Oh, ich will da vorne lang. Ich will da vorne lang. Dann komm ich an dir. Ich muss ja alle anmachen. Das ist ja blöd. Ja, das war klar. Das schaffe ich doch nie. Doch, ich will aber den linken Weg nehmen. Ganz definitiv. Geh auf. Geh auf. Geh auf. Scheiß Tor. Geh auf. Geh auf. Geh auf. Äh. Das ist nicht fair. Geh auf. Hallo? Ich hab das Dreieck schon reingetan. Oder muss ich hier lang? Nee. Da komm ich doch her. Da komm ich doch her. Das Dreieck ist drin. Ihr dürft mich wieder passieren lassen. Hallo. Hallo. Muss ich jetzt freiwillig sterben? Das ist ja wohl richtig blöd. Ja, dann sterbe ich jetzt. Sterben ist hier in dem Spiel nicht so schwierig. Okay, wenn man es bewusst will, ist es gar nicht mal so einfach. Doch, es ist einfach. Einfach direkt vor die Schnecke stellen. So, jetzt macht das Tor auf. Macht das Tor auf. Macht das Tor auf. Ich will raus. Das gibt's doch nicht. Was wollt ihr von mir? Da ist es doch nicht mehr. Oder was soll das jetzt hier werden? Muss ich das jetzt hier echt nochmal machen? Da war das blöde Ding. So. Hey, ich hab das Dreieck bei mir. Leute, guckt mal. Hier. Ich hab gar nichts in meinen Händen. Ich hab's jetzt reingetan. Ich tu's jetzt rein. Tor auf, Tor auf, Tor. Das gibt's doch nicht. Echt. Jetzt muss ich das bekackte Level nochmal machen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ich hab zwar das Level nochmal spielen müssen, auch wenn es ja gerade erst neu angefangen war. Deswegen war das jetzt nicht so schlimm, das nochmal zu machen. Aber ich glaube, man musste nur oben die Wand durchbolzen, weil bei mir hat's auch beim zweiten, dritten Mal nicht geklappt. Und dann dachte ich, ja, was kann ich denn machen? Und hab einfach da diese Blockierwände nochmal frei gestürzt. Und dann ging von alleine die Tür auf. Also, ich weiß nicht, ob das damit irgendwie zusammenhängt. Nee, da möchte ich nicht noch einfach so lang gehen jetzt. So, jetzt schnell. Ja, wie ihr seht, hab ich mir die Punkte jetzt schon geholt. So, und dann hoffe ich auch, dass wir hier bald mal rauskommen. Oh, ich hab die Punkte nicht holen können. Das hasse ich ja immer. Da muss man immer so ganz vorsichtig schwimmen. Ich geh mal in den rechten. Oh, 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 oh. Nein, ich werd hier von allen Seiten geschossen. Hilfe. Und komm überall raus. Ja, super. Schnell erledigt. Aber ein bisschen hab ich schon was verloren. Das hol ich mir hier wieder. Ah, und hier haben wir einen Öffner wieder. Also, brauche ich wieder ein Dreieck. Dann gehe ich jetzt in den oberen. Komm wieder hier raus. Dann nehme ich diesmal den linken. War klar, dass er mich kriegt. Ich hasse es so. Ich kriege es auch nie hin, den ordentlich auszuweiten. Wenn ich an der Seite schon diese Bobbeldinger sehe, dann, ne. Da schnell rein. Und da haben wir das Dreieck. Dings. Ich weiß gar nicht, warum ich immer Dreieck sag. Ihr wisst schon. So ein Ding halt. Mit dem man immer hier die Türen aufkriegt. Ne. Damit rein in die Stupfdinger, das kann man nicht. Aber ich kann den hier reintun. Ja, wo soll ich lang? Hier lang. Ah. Ah. Nein. Ich wollte da gar nicht. Doch, will ich? Ich will hier lang. Doch, ich will hier lang. Ach so. Ich möchte hier lang. Gut, dass ich hier automatisch hingefrachtet werde. Ich hätte einen anderen Weg genommen. Da ist wieder eine Schnecke. Da pass ich auf. Schnecki, Schnecki. Wieder so ein Halter. Wow. Oh. Ist das nicht ein Ort für eine Bombe oder so? Sind das nicht immer die Bomben? Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig. Ich gehe einfach mal hier so lang. Ich weiß gar nicht, wo es mich hier hin verschlägt. Ah. Wow. Nicht mit mir, Leute. Die sind alle nicht aktiv, die Schnecken. Das ist nicht so schön. Ich wette, die werden aber noch aktiv. Mit irgendwas werde ich die noch aktivieren. Da ist das Bomben-Dinglings. Okay. Mhm. Ja, wo muss ich denn dann aber lang? Okay. Diesmal vielleicht nach unten eher. Da ist auch einer. Ich blicke hier gar nicht mehr durch. Echt. Da ist auch einer. Ähm. Ja. Und wo finde ich endlich mal den Eingang? Da hin. Hier, um nach da links reinzukommen. Das wäre ganz cool. Bisher konnte ich nur so außen rum. Wird ja wohl noch eine Möglichkeit geben. Anscheinend könnte man hier auch zu oft sterben, sodass das erstmal jetzt hier inaktiv ist. Alles. Oder so. Kann ich hier das nicht freisetzen? Ich bräuchte doch nur irgendwas, was mich hier hinschießt. Da ist aber ein Dreieck. Das kann ich nehmen. Das kann ich ja wohl nehmen. Ah, jetzt geht der wieder an. Das heißt, ich kann nur noch links. Sonst würde ich... Wow. Und hier sterbe ich auch. Schnee, 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 schnee. Oh Gott. Ich habe es fast geschafft. Aber auch nur fast. Mano. Wo war der jetzt? War der jetzt hier durch? Und dann da unten rechts, jetzt um die Ecke, ne? Genau. Nach links. Und aktivieren. Das schaffe ich nicht. Schnell, 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 schnell. Okay, geschafft. Diesmal schon. Wo kann ich den einsetzen? Ich habe doch schon so viele jetzt gesehen. Wird sich bestimmt einer finden. Ich dommel hier immer voll gegen die Wände. War hier nichts. Rechts einer? Genau. Ups. Da ist schon mal einer drinne. Geht der auch jetzt auf? Aber der geht nicht auf. Was mache ich denn da? Das bringt mir nichts. Dann nehme ich das Dreieck und packe es woanders hin. Hier unten zum Beispiel. Dann geht der andere auf, ne? Ah, witzig. Ich glaube, ich brauche ein zweites Dreieck. Definitiv. Hallo, ich will mal... Da kann man doch auch dran vorbei. Ich bin doch vorhin da auch schon dran vorbeigeschwommen. Erzählt mal nicht hier. Vorhin hat es auch geklappt. Ich nehme mein Dreieck. Und ich weiß nicht, wo ich das hinbringen will. Wo man das... Oh, ich vergesse immer, dass ich da nicht durch kann. Das war klar. Ich bin so ein Idiot. Ich schaffe das nicht. Vielleicht sollte ich mir auch erstmal die Gedanken machen, wo ich das überhaupt hinbringe. Aber da habe ich keinen Bock zu. Da habe ich keine Lust zu. Dreieck, sag mir, wo du hin willst. Schnell vorbei. Wenn man da immer einmal hängen bleibt, dann war es das. Das ist immer das Doofe. Wo kriege ich denn ein zweites? Also ein zweites habe ich bis jetzt auch noch nirgendwo gesehen. Da oben? Kann ich da oben das vielleicht auch irgendwo einsetzen? Sinnvoller? Könnte das der Weg sein? Nee, da komme ich raus. Nee, das sollst du schon weiter mitnehmen, Beat Buddy. Du sollst es jetzt nicht hier irgendwie rumdüddeln. Was bringt mir das, das da einzusetzen? Was bringt mir das, das hier einzusetzen? Nirgendwo bringt mir das was. Und hier, hier bei der Bombe? Nee, ne? Da muss einfach das andere Ding rein. Das passt nicht. Oh Gott, weg da. Nein! Oh Gott. Lebensmüde. Ich brauche ein zweites Dreieck. Und habe das jetzt noch nicht eins gefunden. Habe ich nicht. Und wenn ich das da rein tue? Wenn ich das hier... Da unten ist nämlich ein anderes. Aber wenn ich das hier rein tue, geht das andere dann zu? Und das andere... Ich weiß nicht. Aber könnte vielleicht funktionieren. Könnte vielleicht... Ich probiere es mal da unten. Da habe ich die jedenfalls noch nicht ausprobiert. Ist ein Versuch wert. Hier. Ja! Komme ich hier durch. Julio. Julio. Dann werde ich das mal hier drehen. Miau. So. Yeah! Jetzt habe ich endlich das Zweite. Natürlich geht das jetzt wieder zu. Ihr wollt mir das Leben ja auch schwer machen. Aber ich kann dich drehen, um hier wieder rauszukommen. Ist alles schon bedacht? Dich nehme ich mit. Du gehörst jetzt mir. Wow, wow. Wow. Okay. Das ist auch schon mal offen. Hier bin ich anscheinend auch noch nicht lang geschwommen. Hier auch nicht. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Da ist gar keins drin. Oh, oh. Hier muss ich... Oh. Aufpassen. Sollte ich das vielleicht auch mal tun, wenn ich das sage? Genau. Dich brauche ich da jetzt ja nicht mehr. Kann ich dich da oben hinbringen? Vorsichtig an den Stacheldingern vorbei. Und rein. Und dann muss ich den anderen nur irgendwie zurückholen. Von wo auch immer. Irgendwo. Hier unten. Ich weiß nicht. Es war irgendwo unten. Da habe ich den weggenommen und bin da links rumgekommen. Da bin ich... Ich weiß nicht. Komme ich dann hier oben lang, um den wieder zu holen? Ich brauche das zweite Dreieck, verdammt. Mann. Das gibt es doch nicht. Muss ich hier wieder so eine Schlange schwimmen? Ich bin voll angeschlagen. Oh. Wie, da komme ich rein? Ach so. Hier bin ich durch. Mhm. Sehr interessant. Bringt mir aber nichts. Gut, dass die Schnecken nicht an sind. Oh, Energie. Kann ich auch wieder besser gucken. Nein. Hier ist zu. Ich kann hier gar nicht mehr durch. Tja, Leute. Ich würde sagen, ich mache im nächsten Part von BeatBuddy hier weiter. Und wir sehen uns im nächsten Part von BeatBuddy, Tale of the Radiance. Und ich werde jetzt mal ein bisschen weiter schwimmen. Und dann mache ich da weiter, dass ich so, ja, dass ich die Dreiecke schon fertig habe und den Schmuh hinter mir habe. Oder? Gehen wir mal ein bisschen schneller voran. Auch wenn ich nicht weiß, ob hier und da ein Zuschauer dabei ist, der vielleicht einen Weg gerne wüsste. So mache ich das jedenfalls ganz oft. Das interessiert mich ja schon. Shit. Voll dagegen gedonnert. Dann pack den doch da rein. Komme ich hier trotzdem nicht weiter. Der ist nämlich noch offen. Ich brauche das zweite Dreieck. Verdammt. Na gut. Ich werde es, wenn ich es gefunden habe, dann schalte ich da ein. Ne? Bis dann.